Nein. Achso. Okay. Crosst down, get going to the roof. Wie? Was ist gut? Was ist mit dem hier? 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 Äh, nicht. Ich weiß aber nur ein Bandit. Ich auch nicht. Im Raum. Im Raum. Ich mache genau dasselbe. Und Dienstag gehe ich arbeiten. Ja, oder? Und dann... Wo gehst denn du arbeiten? Wieder im Brauhaus, oder? Ja, ich gehe wieder in der Brauerei, aber... Ich gehe wieder in der Brauerei, aber... Du hattest doch erzählt, du musst nichts mehr machen. Ja. Wo ist der dann hin? Der war doch da. Ich habe mich umgucken. Achso. Und dann... Der ist auf der Treppe. Ich habe jetzt ein Handtuch von der Brauerei getrennt. Wo ist der wieder hin? Das ist... Noch dünner halt. Der ist da oben. Also schmaler. Wo soll der sein? Die tut mir immer leicht. Die ist ja auch hier und da heisst. Oh mein Gott. Das hat mich gekriegt. Das war immer leicht. Ja, aber die ist ja nicht gestorben! Ich wurde.. Hauptsache ich wurde von Jonas, glaube ich, geinjaled. lechter beendet aber bei mir war das ein headshot das war locker ein headshot aber aber wahrscheinlich wäre es sogar ohne den injur gestorben war da irgendwas für können oder einfach nur haben die da vorne vorgegeben was war das denn was was also Also, wie schnell ein Auto die Strecke runterfährt. Also, P gleich Forma S oder sowas. Ja, genau. Einfach mal. So? Aber da waren noch ein paar. Also, ich war vollster, als ich von den Aufgaben her was ich besitzen musste, was die Schlammfunktion ist und was nur mit dem Grund für die Funktion bestätigt. Was gibt die Stammfunktion? Andere? Ja, rechts war jemand. Meine Penis lösen. Aha. Ich gebe meine Stammfunktion von Y gleich oben an. Dreh. Kann arbeiten. Scheiße. Achso, aber hier musst du halt noch Englisch und Deutsch können. Oh nein, Deutsch kann ich nicht. Der war halt so'n Text, da muss ich rechts wegwerfen. Der war halt so'n Text, da muss ich rechts wegwerfen. Der war halt so'n Text, da muss ich rechts wegwerfen. Was hab ich so getriggert? R4 eliminated. Friendly Mission 6. Hä? Das ist unglaublich gut. Bei mir ohne aus. Ihr hattet den selben Test wie alle anderen, aber hattet irgendwie doppelte Zeit oder was? Ich weiß nicht, ob der selben Test weiß. Das sind eben die Leute. Oh Mann. Okay. Komm her. Okay. Das ist doch sehr wichtig. Ich mach' den Fall. Okay, das ist jetzt. Das ist aber das Bedeutung hier. Das ist jetzt noch gut. Wer ist denn davon liegen? Wer entputzt und erfolgt? Wer in den Gefick reist? Nein. Wer? Der kriegt dich nicht. Noo! WTF? Rechts links. Ah verdammt! WTF? Noo! WTF? WTF? Der Ecker ist bei der Table. Der Spade bleibt liegen. WTF? 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 Was macht das? Oder was macht das das Fatsch ist? Oh na, ich spreng ja mal! Was ist denn? Da ist was hinter dem Schiff. Was? Ruhig, freigrennen! Ich kann auch nicht bewegen, Mädels. Verletzt! 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 Oh na, aber pass auf! Da ist ein Wut, bitte! Der B5 hilft ihm auf! Ich hab den Schlüssel wieder! Ich hab den Schlüssel wieder auf! Was ist das? Das war's! Was ist das? Was ist das? Ich hab den Schlüssel wieder auf! Ich hab den Schlüssel wieder auf!